Was geht ab, YouTube? Willkommen zu 3 Horror Games mit Hamed Loco. Creator Code Hamed Loco. Das erste Spiel, was wir heute spielen werden, heißt Crawl. Was so viel heißt wie, ähm, Schleichen. Oder? Wie heißt das, wenn man... Wie heißt dieses, wenn man krault? Nein. Chat, das hier! Wie heißt das nochmal? Nein, ach. Krabbeln? Krabbeln. Kriechen, das war, habe ich gesucht. Krabbeln hört sich an, wie als würde es ein Baby machen. Kriechen, Kriechen. There was a rescue expedition. Five people went missing in a local cave system. They came back without anything. Something is off about all of that. Bodies don't just vanish into thin air. I'm going in. This will be an incredible story for the news. I haven't checked exactly what's going on. Is there anyone who's gone or something? I've read it, but not really read it. You know what I mean. Crawl. So, I'm looking for my friends or what? Oh, I have a thing. I have a place. Ah, wait a minute. I have to scream. That's my... I have to scream here long. Here. No, no, no. I have a place. Sometimes you need a move a little further to get out of those areas. Ach so, okay. Ich komme jetzt hier raus aus der Höhle. Okay. Es geht, Chat. Es geht. Es geht. Ich kriege durch das Spiel nicht so krasses Platzangst. Aber es ist schon eklig gerade. Es stresst mich, dass ich durch so eine kleine Höhle muss. Und ich bin nicht so der Fan. Der größte Fan von sowas. Turn around and click LMB on the map. Ah, ich kann so ein Foto machen. Ich kann mich so umdrehen und ein Foto machen. Was bringt mir das aber? Ach, Digga. Da ist wieder so viel Raum für Jumpscares und so. Aber wir sind leiser und wir kraulen durch die Nacht. Hier ist irgendwas vor uns. Ein Stein. Okay, ich will das in mein Backpack tun. Ah, nee. Das ist ein Backpack. Kann ich das aufheben? Digga. Ich klicke RMBs. Rechte Maul. Ach so. Now turn around and click on the camera. Hä? Ah. Ah. Wir sind in einem Cave-System. Und wir müssen hier irgendwie raus, oder was? Da es oben ist, wo wir gestartet sind. Okay, aber hier ist gar kein Ende. Ich bin auch kein Dummkopf. Wo komme ich denn da raus? Oder sind diese Löcher hier unten das Ende? Ich packe es erstmal weg. Was piept denn hier so die ganze Zeit? Ich kann aufheben. Ich muss wieder zurück anscheinend. Ach, kein Sinn. Ich kann mich nicht umdrehen. Ich bin noch da. Ich bin noch von dort gekommen, oder nicht? Das ist eine Bombe. Nein, nein, nein. Das ist keine Bombe. Gehe ich jetzt gerade wieder den Weg zurück, den ich gegangen bin? Ist da eine Bombe in der Tasche? Fotos-Folder. Warte. Ich habe das Spiel von neu gestartet. Ich wollte die... Ich wollte gucken, wie die Einstellungen zu dem Spiel sind. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Kurz im Video-Cut, bis wir wieder da sind, wo wir gerade sind. Lädst du das auf Video-YouTube hoch? Ja, ja. Aber ohne die Stelle jetzt hier. Das ist manchmal ein bisschen schwer, wenn man so verwirrt ist von dem Spiel. Turn around and put LNB. Funktioniert nicht. Ah. Green arrow is you. Yellow are the objects that take a photo off. To take... Ah. Ach so, ich soll ein Foto von der Tasche machen. So. Now turn around and click the camera several times to reload the cartridge and put it back. Now turn around and click on the camera. Ah. Okay. Gutes Foto. Ah, vier Fotos muss ich noch machen. Warte, dann lasse ich mal kurz an die Map wieder. Ja, ja. Ah, jetzt musst du reloaden. Ja, pack zurück, die Scheiße. Vier Fotos muss ich noch machen. Okay, das erste Foto haben wir. Das nächste Foto ist da hinten. Ich gehe einfach mal hier lang. Ich glaube, ist es egal, wo ich lang gehe, oder? Warte, warte, bevor ich jetzt mich verirre direkt am Anfang. Ja, ja. Ist ja egal, wo ich lang gehe. Gehe ich einfach mal rechts lang. Du kannst nur ein Foto per Cartage machen. Also, remember, to reload every time. Ah, okay. Nicht vergessen zu reloaden. Wie eine Waffe. Ich weiß aber nicht, warum wir von diesen Objekten Fotos machen sollen. Als Beweis, dass wir da waren. Will ich mich damit jumpscaeren gleich? Ich falle nicht so einfach auf Jumpscares rein. Hold shrift to scroll faster. Oh, wirklich, man kann schneller. Man kann schneller kriechen. Okay, it looks like your flashlight says are dead. Turn around and click on repeatedly to crank it up. Ah, das ist cool. Ist das wieder eine Leiche? Ja, ich glaube, das soll eine sein. Noch zwei. Es fehlen nur noch zwei, Chad. Gut. Es hat mich wieder gepackt. Hilfe. Wieder zurück. Ich kann aber drehen. Ich kann drehen hier. Ich drehe hier eine Runde. Ich muss hier kurz eine Runde drehen. Ich glaube, man kann sich nicht wenden. Ich höre irgendwas. Ich bin ready, ein Foto zu machen, wenn was kommt. Ich kriege keine Angst. Ich mache einfach ein Foto und kriege keine Angst. Okay, wo muss ich lang? Rechts, 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 rechts. So. Weg mit dir! Ich hab's verbraucht, oder? Ja. Einfach schnell. Zack. Besser vorbereitet sein nächstes Mal. Ah, das Monster. Ich hab damit gerechnet, Chad. So, ich muss mal kurz wieder auf die Karte gucken. Ach, nein, Mann. Diese Taschenlampe. Ich hab was gesehen. Links. Ich gehe einfach weiter geradeaus. Einfach der Nase entlang. Weil ich nicht auf die Karte fände, wenn ich gucken konnte. Links lang einfach mal. Oh nein, ich kann nicht mehr sprinten. Nicht so geil. Chicken! Oh. 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 Ich kann das nicht mehr. Wo lang? Okay, geradeaus und dann rechts. Was ist denn geradeaus? Mal schauen mal gucken. Rechts und dann rechts. Weg mit dir! Ey, wir sind auch verletzt, sehe ich gerade. Wir müssen das auf jeden Fall schaffen, bevor wir sterben, weil sonst... Und uns geht es gerade nicht gut. Und wir müssen noch zwei Fotos machen. Aha. Wichtig. Ich hab doch ein Foto davon gemacht. Ich hab doch ein Foto davon gemacht. Das hat es nicht eingespeichert. Das hat es nicht zählen lassen, das Foto. Oh mein Gott, Mann. Katastrophe. Hier. Ich hab doch jetzt davon ein Bild gemacht. Also das hat es nicht zählt. Ich kann davon nicht richtig ein Bild machen. Ich geh mal ein Stück vor. Vielleicht jetzt von der Seite, so von der Leiche. Ja, man muss bestimmt von hier das Foto machen. Ja. Sehr gut. Das hat gezählt. Zero left. Ich hab's geschafft. Und jetzt? Weg mit dir. Oh mein Gott, Chad. Ich hab keine Dinger mehr. Ich hab keine Tapes mehr. Was soll der Scheiß? Ich kann die Kamera nicht zurück tun. Ich kann auch die Taschenlampe nicht mehr nehmen. Das ist korrekt. Ich hatte es doch fast. Ich hatte es doch fast. Ich sehe nichts mehr. Ich sollte doch eigentlich als Gewinner jetzt hier vorgehen. Wie unfair. Das ist einfach unfair. Ich kann mich nicht sehen. Oh mein Gott. Es piept. Ich sehe nichts. Das war's. Das ist unser Ende, Chad. Das Spiel will, dass ich es einfach so rausschaffe. Eine Schweigeminute, Chad. Rest in Peace in den Chat. Wir gehen aber mit Ehre. Ich erschrecke mich nicht vor dem Monster. Okay? Ich erschrecke mich nicht vor dem Monster, Chad. Okay? Rest in Peace in den Chat. Come on, son. No one ventured into the cave again. Some time after lone journalist and his disappearance cave was finally sealed by the same company who started may he missing people and the horrors that lurks in the beneath rest unbothered forever. Mich selbst retten? Das konnte ich nicht. Mich selbst retten konnte ich nicht. Ich konnte aber die Ehre der ganzen Leute, die vorher gestorben sind, retten. Indem ich Fotos von ihnen mache. Okay, das hört sich weird an, dass ich Fotos von den Toten gemacht habe. Scheiß auf das Spiel. Wir sind raus. Spiel Nr. 2. Das zweite Spiel heißt Kitty Kart und soll so eine Art Super Mario Kart in Verflucht sein. Okay, es hat dieselbe Grafik wie so DS-Spiele und sowas früher. Handheld-Konsolen. Es spielt sich sogar so. Singleplayer, let's go. Hä, vielleicht ist das ein normales Spiel? Bin ich gerade dumm? Kann sein, dass es ein normales Rennspiel einfach ist. 3, 2, 1, go! Ich glaube, ich habe gerade ein Kinderspiel runtergeladen. Ich dachte, ich bin auf einer Seite, wo man nur Horrorgames bekommt. Also in der Kategorie. Also jetzt müsste es sich schon viel tun, dass sich das noch zu einem Horrorspiel ändert, Chad. Man konnte auch Multiplayer zocken. Das saved kein Horrorgame, oder? Nois Game. Ja, lass mich in meine Runde machen. Ich will kurz Rekord brechen in dem Spiel. Und den ganzen Kindern zeigen, wer der King ist. Oh, ich habe ein paar Kack. Eine Rekordrunde. So, das war die Runde, ist gestartet. Immer schön am Außenrand von der Bahn entlang. Ja, schön. Oh nein, Digga. Okay, jetzt während der Brücke auf die Mitte und leicht wechseln. Vielleicht wird es ja noch zu einem Horrorgame-Chat. Gleich kommt ein Monster einfach aus der Internetpyramide. Ein bisschen Hoffnung habe ich sogar noch. Was, wenn ich einfach hier langfahre? Ich fahre einfach lang, wo ich will. Warum habe ich denn keine Runde bisher? Hä? Hä? Man kann einfach außerhalb der Bahn fahren. Da ist irgendwas. Hier hat irgendwer einen Unfall gemacht. Hier sind Pfeile. Warum wird die Musik lauter? Das ist 100% Horror. Es könnte Horror sein, theoretisch. Warum gehen denn meine Runden nicht voll? Das checke ich nicht. Erste Runde. Guck mal, wir fahren die Bahn mal genauso, wie man sie fahren soll. Ich sage euch ehrlich, an sich macht das Spiel auch so Spaß, wenn es kein Horrorgame wäre. Scheiß mir in die Hose. Zugegebenermaßen jetzt gerade ist es wirklich gar nicht gruselig. Okay, jetzt machen wir eine Runde auf zwei. Jetzt müsste die Runde auf zwei laufen. Genau jetzt, wenn ich die Ziellinie überquere. Passiert nicht. Ne, da fahre ich hier jetzt einfach lang. Egal. Wenn das noch ein... Hier stimmt doch irgendwas im Spiel einfach nicht. Ich mache auch einen Unfall. Ich fahre hier einfach ans Ende der Map. Guck mal, jetzt bin ich schon gar nicht mehr in dieser Minimap. Ja, stopp. Nö. Ganz ehrlich, nein. Und jetzt? Jetzt bau nicht. Wieder... Okay. Okay, es ist... Es ist doch ein Horrorspiel. Chat, ich hab's euch gesagt. Aber ich weiß nicht, ob ich mich gerade freuen oder heulen soll. Ich sink ein. Ich sink ein. Ich sterbe gerade. Ich bin tot. Hä, ist das Spiel einfach kaputt? Okay, hier ist eine ganz normale Strecke. Ich fahre hier mal so rum. Genau wie die Strecke das will. Ich fahre eine normale Runde. Ich würde gerne in diese Höhle rein. Ah, komme ich sogar. Okay, geil. Let's go. Hier stimmt wieder irgendwas nicht. Was ist da? Ist das ein Mädchen? Hallo? Hä? Schiebt sie? What the fuck? Was passiert hier? Was ist das für ein Spiel? Oh mein Schöne, ich hab mich im Virus untergeladen. Die Musik hört sich auch nicht normal an. Ich hab's. Congratulations. Dankeschön. Kommt da gerade Blut raus aus einem? Habt ihr das gesehen, Chip? Digga, das ist das verstörendste Spiel, was ich jemals gespielt habe. Ist das Spiel denn? Ich muss gerade die Balance kaputt machen. Noch sieben Stück. Noch zwei Stück. Ich hab's. Und jetzt? Hab's geschafft? Oh mein Gott. Es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Die normale Straße. Das kann aber nicht normal sein. Ich soll runter von der Straße. Hier ist das Licht aus. An den Verbotsschildern vorbei. Ohne Straßenlicht weiter. Da ist irgendwas. Zementsteine. Die Lichter flackern rechts und links. Soll ich hier rechts rein? Nee, ich fahr einfach geradeaus. Ich fahr weiter geradeaus. Was ist das hier links? Fische? Hä? War das Fische? Da war irgendein Zettel. Habt ihr gesehen? Da stand Fragezeichen. Ich fahr weiter. Ich fahr weiter. Ich fahr weiter. Da ist das Mädchen, das gestorben ist. Hi. Alles klar bei dir? Wie soll das? Okay. Wird jetzt aber nicht verfolgt oder so, oder? Ah. Hier rein oder wie? Hier rein? Ich hab's drauf. Nach rechts jetzt mal vielleicht. Das geht einfach mal tiefer. Immer tiefer runter. Was ist das denn? Die Ziellinie. Oh nein. Meine Reifen sind geplatzt. Nein. Ich komm nicht ins Ziel. Ich erschritte. Da kommt irgendwas auf mich zu. Da kommt irgendwas. Nein. Ich will. Was? Ich mach mein Zurückchen. Was? Das war ein Albtraum. Das seltsamste Spiel, was ich jemals gespielt hab. Das war das verstörendste Spiel, was ich jemals gespielt hab, Chad. Ey. Ich dachte am Anfang ehrlich, vielleicht hab ich hier gerade ein Kinderspiel runtergeladen und dann wurde es das verstörendste Spiel jemals. Gucken gerade nach vorne, Chad. Es geht weiter mit Spiel Nummero 3. Das Finale dieser Folge. Und das Spiel heißt... Weiß ich nicht. Play. Also ne Kassette. Ah, ist vielleicht... Ne, es muss eigentlich ein Spiel sein. Ich muss ja erstmal die ganzen Sachen holen. Stimmt. Ich brauch erst den Schraubenzieher. Wie hab ich das gemacht? Hey, wie hätt ich das da rausgeholt? Ich hatte doch von hier irgendwo einen Schraubenzieher. Erst die Kassette. Ah. Es geht noch gar nicht los, weil ich die Kassette nicht drin hab. Jetzt hab ich 3 Minuten. Floor. Wall. Also Floor. Wall. Bucket. Bucket. Die Sachen hier unten brauch ich nicht. 4. Floor ist auf... Floor. Wall. Bucket. Box. Das ist Safe Box. Das Safe Box ist Safe 2. Bucket ist auch Safe 2. Das heißt Floor, Wall, Wall, Bucket, Box. Es endet auf 2, 2. Also entweder... 4... 4... 4... Was war das anders? 1? War das andere 1? 1 oder 1, 4, 2, 2. 1, 4, 2, 2 oder 4, 1, 2, 2. 1, 4, 2, 2. 1, 4, 2, 2. Enter 4-Digit-Code. 1, 4, 2, 2. Ah, ich muss doch mal E drücken. Hat die Kraft. Hör auf. Ah, Tresor geht auf. Ich träg' nen Schlüssel. Stell. Brauch ich das? You have reached the end of this tape. What the hell did I just watch? Warte, ich war in nem Spiel, in nem Spiel? Ich war in nem Film? Was? Join us in something revolutionary. Learn the ways of Father Marshall, for he can... Hinter mir! Im Nebenzimmer, im Nebenzimmer! Ist das Spiel vorbei? Wir haben's, wir haben... Kann sein, die seltsamsten 3 Horrorspiele, die wir jemals gespielt haben in dieser Reihe. Räum Nummer 2 war mir einer zu viel. Ich werd schlecht schlafen. Ich werde schlecht schlafen. Schlimm war's nicht, aber es war verstörend. Es waren keine Jumpscares, es war verstörend. Ich werde wieder seltsame Träume haben.